Das verfluchte Fortnite, das Game seit ich gefühlt zwei, drei Monate nicht mehr gespielt habe, das war meine allerbeste Runde, die ich in diesem Stream vollgezogen habe. Falls ihr keine Streams mehr verpassen wollt, hier unter romatzki-97 auf Twitch, bin ich jetzt gerade jeden Tag live, also wenn du vorbeischauen willst, solltest du den nächsten Stream nicht mehr verpassen. Auf jeden Fall, wir sehen uns, Kollege, und viel Spaß mit dem Video. Obwohl hier vielleicht nicht die beste Idee war, aber... Auf jeden Fall, wir sehen uns, dass das Ziel gepasst hat. Ja, aber einfach. Dann wird er wieder gleich die Waffe da und dann bin ich weg. Und dann war das meine nächste Runde. Ich habe schon ein bisschen was, aber... Ich habe schon ein bisschen was, aber... Wenn das auch weiter geht, geht das nicht mehr! Wenn ich hier nicht dann bin, mach wieder auf dich. Und dann bin ich in uns, dann bin ich eine traveling-ssälegerung. Wenn ich in uns, dann bin ich dich aufnullend. Wenn ich mich ... Dann bin ich sicher, bin ich ja, bin ich nicht mehr. Wenn du, dann bin ich... Ich bin einfach, dass du zuerst. Ich bin König ein bisschen was, ich bin ja, bin ich ja, bin ich schon gesagt. Ich habe schon ein bisschen was, ich bin! Ich habe schon wieder来 gesagt. Ich bin aber sicher, das ist nicht zu sein. Ich hab jetzt nur geraten, aber ich habe nicht gewusst. Ich denke, ich bin ein paar Jungs. Okay. 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 Aber... 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 Ich bin full. Heiß. Hey, 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 hey. Hey. Ah, da. Okay. Hey, come back. Zu viel Glück. Mein Kollege sagt immer so. Mein Kollege sagt immer, auch die Dummen dürfen einmal Glück haben. Hey, Robby. Wir sprechen nicht darüber, ja? Was das war? Der ist doch nicht. Er ist doch nicht so. Ich habe mir geguckt. Er ist doch nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Aber ich sage mal so... Ehm... Werde ich dran? Egal. Vergesst du jetzt, he? Moin, aber Robin, wie geht's? Alles klar? Das war die wichtigste Frage. Was war das? War das eine Schlange, wo ich drauf getreten bin? Bonboi! Willst du mitspielen? Hast du Bock? Wird nicht so genau? Wir focussen die hier. Oh,geben wir Hils die Stimme. Die Grille ist noch besser, oder? Wir sagen uns für den E-ball. Never ever. Wie gesagt, das war nur für die Dummen einmal Glück. Treffen für Anzeigen. Aber ein bisschen stolz bin ich gerade hier. Junge, schießt mich jetzt alle in den Arm, oder? Der, der mein Loot findet, hat auch gerade. Aber wie gesagt Robin, hast du Bock mitzumachen? Wer ist willkommen? Ich habe ihn mitzumachen. hey wir sind weh 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 warte schmeißen wir weg hier weh 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 irgendwann im november war ich damals bei meinem Bruder noch und habe damals mit ihm Fortnite gespielt und seitdem in Indien wie ich mich noch erinnern kann ist das ein Spieler oder keine Ahnung da aber irgendwo da 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 ... da Können die Schweine mit angreifen? So, jetzt kommt das Ding, warte, L2 Ein bisschen gelandet habe ich trotzdem. Irgendwie auch langsam er atmen, weiß ich Das ist ein bisschen gelandet. So, das ist ein bisschen gelandet. So, das ist ein bisschen gelandet. Hat mich gerade einer angeschossen? Alles klar. Kollegen sind da wieder. Der Gullege, weiß er. Nur noch 10, weiß er. Den Waden wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber... Wir geben den Bestes. Der Gullege, weiß er. 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 Was meine Baukunst angeht. Ich muss noch einen rein. Wir sehen. Ich muss mich so ruhig mal haben. Das war's für heute. Da oben da rein, mal mal nach, du musst da nachladen, like Call of Duty. Und da detecte ich hier noch, oder? Oder mal weiter, Kollege. Was ist die Nase der Buss? Was ist der Nase der Buss? Ich habe die Nase der Buss-Camp. Buschman! Hallo Ich lege mich amatisch Ich lege mich ganz böse Ich lege mich ganz böse Ok Oh, das wär's gewesen, Digga. Das wär's gewesen, Digga. Oh, komm. Leg mich ganz böse am Arsch. Oh, ey. Ich glaub, diese 200 Runde bekomm ich immer wieder hin. Ich glaub, ich geh wieder raus. Oh, fuck.